Servus und herzlich willkommen hier bei Chromie.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Blizzard hat gerade eben eine neue Vorschau auf den Drac-Tür, die neue Rasse, die mit World of Warcraft Dragonflight ins Spiel kommen wird, vorgestellt. Für die, die es nicht gleich auf der WoW-Seite oder bei Chromie.de oder auf Twitter oder sonst wo gesehen haben, möchte ich hier mal ein Video machen und ein bisschen auf diese Customizations oder Anpassungsmöglichkeiten des Drac-Tür eingehen, die sehr vielfältig sind und so mal ein bisschen die Modelle genauer beleuchten und gucken, was wir da nicht so alles sehen. Erstmal, wie gesagt, Blizzard hat hier vorgestellt, zum Beispiel zeigen sie uns unterschiedliche Kopfarten mit unterschiedlichen Hörnerarten und unterschiedlichen Farben, Schuppen, Farbanpassungen aneinander. Also es ist wirklich doch schon relativ groß viel, diese Auswahl. Dann haben sie auch hier nochmal uns ein bisschen was gezeigt, was nicht alles möglich ist. Also wir können sogar eine Art weißen Drachen, Grau hatten wir ja schon gesehen. Also es ist weitaus mehr als diese fünf Drachen-Aspekte, Farben, die wir bekommen können. Das ist schon wirklich sehr viel. Außerdem haben sie auch nochmal gewisse Positionen gezeigt und da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein, was Besonderes, was wir hier so sehen oder was mir aufgefallen ist. Dann haben sie hier noch ein kleines Video gepostet, wo sie die unterschiedlichen Körperformen zeigen, also von ganz dünn zu dicker hin. Das wünschen sich Spiele ja im Allgemeinen schon etwas länger, dass man auch ältere Rassen oder irgendwie anpassen kann. Dicke Blutelfen, dünne Blutelfen und so weiter. Und das soll es jetzt hier eben mit dem Draktür geben. Das Erste, was mir auffällt, ist, wenn wir uns zum Beispiel diese Übersicht hier ansehen. Gerade bei dem hier und bei dem hier sehen wir es sehr gut. Der Körper ist ja unterteilt. Also dieser Modellaufbau ist unterteilt in gewisse Sektionen, die einander gesteckt sind und dann miteinander funktionieren und fungieren. Und hier sieht man die erste Kritik, die ich habe. Also nicht unbedingt Kritik. Es ist okay, muss ich sagen. Es ist okay. Ich finde es jetzt nicht allzu schlimm, aber es fällt schon sehr auf und ich hätte es tatsächlich nicht so erwartet. Und zwar sehen wir hier, der Kopf ist extremst detailliert. Der ist wirklich... Ah, wir werden noch weiter drauf. Können wir noch größer? Ne, gerade nicht hier. Müsste ich runterladen. Wir sehen aber, der Kopf ist extremst detailliert. Wir haben hier auch die einzelnen Schuppenpaare und die Hörner hier, die wirklich fein säuberlich ausgearbeitet sind. Auch hier sozusagen diese Bartansätze, diese Haare hier sehr stark. Und dann sieht man diesen Übergang von Kopf auf Schulter. Und die Schulterpartie hier ist schon nicht mehr so fein ausgearbeitet, beziehungsweise die Schuppenformen hier auch nicht. Das geht dann erst wieder an den Fingern ein bisschen los, beziehungsweise weiter unten die Füße. Man sieht auch, schön reingeschnitten worden. Haben die mit PNG sehr gut gearbeitet, die Entwickler. Auf jeden Fall ist es... Ja, ich möchte nicht sagen, Kritik. Kritik ist ein bisschen übertrieben. Wenn wir uns mal so ansehen, was wir für Rassen in der Vergangenheit unserer bekannten Rassen haben, dann ist das hier natürlich schon sehr, sehr, sehr weit vorwärts gesehen. Aber das ist auf mir auf jeden Fall aufgefallen, dass da die Schulter... Anders, ich weiß nicht, sehen wir es hier auch. Ja, hier sieht man es auch. Weniger Pigmente, also weniger Pixel. Ja, es sind weniger Pixel einfach für den Body benutzt worden als für den Kopf. Ist okay, kann man machen. Was man hier auch vor allem sieht, sind die unterschiedlichen Augenfarben, die halt sehr cool sind. Hier haben wir blaue Augenfarben mit Donner, so einer schwarzen Pünktchen drin. Hier gar kein Punkt drin, hier auch nicht. Also wir haben auch sehr viele unterschiedliche Augenfarben da. Hier sieht man auch wieder schön den schwarzen Punkt, der die Iris halt bilden soll. Oder auch hier. Hier. Das sieht schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Auch die Krallen und sowas, das sieht wirklich sehr gut aus. Wir sehen auch, dass es unterschiedliche Schwanzarten gibt. Wir haben hier sowas ähnliches wie eine Echse. Dann haben wir so einen, ja, Streitgolbenschwanz, möchte ich mal sagen. Dann auch wieder so, ja, so spitz zugehend, fast wie eine Echse hier. Ähm, da oben mit dem Fächer drauf. Da gar nichts drauf. Da wieder mit den Stacheln. Also bislang, ah, dann nochmal ein anderer. Ich sehe bis jetzt fünf unterschiedliche Schwänze, die wir haben. Da ist auch nochmal, der ist anders. Also sechs unterschiedliche bislang hier gezeigt. Das ist natürlich schon sehr krass. Ähm, wenn wir bei den Köpfen reingehen, sehen wir auch diese unterschiedlichen Mähnen. Ne, von Stacheln zu, ähm, ja, diesem, ich weiß gar nicht, wie das wirklich heißt, tatsächlich. Ähm, zu größeren Stacheln und wie sie angeordnet sind, sehr cool. Also das muss man schon wirklich sagen, da hat Blizzard sehr viel gemacht. Jetzt kommen wir noch zu was, zu etwas, was mir richtig cool aufgefallen ist. Und zwar den Herren hier links. Wir wollten schon seit langem, also wirklich die, ähm, Teile der WoW-Community fordern schon ziemlich lange, dass wir eine Art Wachposten einnehmen können. Also diese Stehen wie Wachen. Das geht in Retail tatsächlich nicht. Ne, wir haben ja gewisse Emotes, womit wir gewisse Ausführungen, Bewegungsausführungen oder sowas machen können. Aber, ähm, so einen Wachposten gibt es nicht. Hier sieht es so aus, als ob dieser Traktür diesen einnimmt. Und, ob wir ihn jetzt wirklich als Emote bekommen zusätzlich, also damit auch zusätzliche Emotes irgendwie vielleicht kommen, In-Game-Emotes, das wäre natürlich sehr, sehr, sehr krass. Ansonsten sieht das hier schon sehr cool aus. Ähm, genau wie hier der Drache auch, diese, ne, diese Kampfanimation ist das hier. Also, äh, prepare to fight. Ähm, hier auch noch mit Schmuck dran und sowas. Das ist sehr cool. Auch hier sehen wir den Schmuck, die Ringe. Das Einzige, was mir hier auch noch aufgefallen ist, ist bei dem Herrn. Ähm, hier sehen wir die Ketten. So wie es aussieht, ist das Ganze ein Accessoire. Und zwar sehen wir das Ganze auch hier auf diesem Vorschaubild. Und hier ist kein Ränder angewendet worden. Ne, Ränder, das sind so, ähm, ja, wie soll man es grob erklären? Das ist sowas, um die Detailtiefe halt jetzt einfach grob gesagt, ne. Die Detailtiefe dieser Kette ist nicht hoch. Weil man könnte hier, und Blizzard hat definitiv diese Möglichkeit, diese Kettenglieder nicht mit Schwarz zu hintersehen, sondern sie wirklich, ähm, teilweise durchsichtig zu machen, dass es eine wirkliche Kette darstellt. Ähm, so wie es aussieht, ist es ein Accessoire, also irgendwas, was ihr beim Charakterauswahl oder beim Barbier hinterher, ähm, benutzt. Und, ähm, an dem sieht man es eben auch. Das ist vielleicht die Rüstung, wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall noch nicht ganz ausgearbeitet. Kann natürlich auch sein, dass das noch kommt. Ansonsten haben wir, wie gesagt, hier auch noch mal ein Video. Ähm, es ist schön zu sehen, diese unterschiedliche Dicke, wie sie hier auf den Körper und auf die Schultern angewandt wird und auf die Arme. Ähm, die Beine gehen auch ein bisschen mit. Ich habe hier gar nicht gesehen, die Füße hier unten auch. Die Füße unten auch. Also wir haben wirklich vier, vier Zonen, die verändert werden, ne. Das, das, ähm, unterm Knie, sag ich mal, hier ist das Schienbein, dürfte das bei dem Herrn sein. Dann die Oberschenkel, die, der Brust, Bauch und halt die Schultern gehen mit. Das ist sehr cool, finde ich. Geht auch der Hals noch mit? Nein, der Hals geht nicht mit. Auch Flügel verändern sich nicht. Schön ist, wie die Animation von den Flügeln hier im Stand zumindest aussieht. Ist schon mal etwas. Ansonsten finde ich diese Vorschau schon sehr cool. Ähm, jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr den Traktür? Was für einen Traktür werdet ihr euch erstellen? Schmeißt mal in die Kommentare, welchen Traktür wird es für euch geben? Was werdet ihr euch als erstes erstellen? Wird es ein Bronze, wird es ein Roter, wird es ein Schwarzer, Blau, Weiß? Schießt mal los. Ich bin gespannt, eure Kommentare zu lesen. Let the hype begin. Dragonflight steht nicht mehr weit. Und wir wollen Spaß haben. Also rein in die Kommentare, Abo da lassen. Und natürlich auf Gefällt mir drücken. Kommt bei uns auf Twitch vorbei. Und egal wo, einfach überall liken. Bis zum nächsten Video. Servus und ade. Bis zum nächsten Video.